Ich weiß nicht, dass wir alle Menschen sterben. Ich frage die Frage, ob man sterben will. Und da steht für mich das Leben. Also, klar, die Menschen, die sterben tragen, klar, die Menschen, die sterben, die kranklich sind. Aber das weiß ich auch nicht. Vielleicht bin ich praktisch auch vorbereitet. Und das ist ja auch die Zeit, die Person mit dem Verkehr freckst du mit dem Rad. Und das sind die Abwechslung, von der Eichhörn, von der Ausflugung, zwischen Karlsruhe und Gartor. Das ist recht, genau. Aber dann müssen wir da sein, wenn wir oben. in der Ecke, ganz leckernd. Wie müssen wir da sein, dann würde ich nur sagen. Das ist ein Problem, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Es gibt einen Ort mit allen Richtungen. Ich wohne in alle Richtungen. Ich wohne nach drei Metern rechts ein auf die Nebenspiele. Ich wohne nach drei Metern. 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 Ich wohne nach drei Metern.